Ich weiß noch genau, wie es bei mir angefangen hat, als ich mich in sie verliebt habe. Ich war da etwa zehn und bin von der Schule heimgekommen und erinnere mich, dass ich wie innerlich stehen geblieben bin und den Wald und den Himmel und die Luft um mich herum wahrgenommen habe und auf diesen einfachen, aber tiefen Gedanken kam, warum gibt es all das? Wie unwahrscheinlich, wie faszinierend ist es, dass es überhaupt etwas gibt. An dem Tag habe ich mich in Sophie verliebt. Philosophie heißt die Liebe zu Sophie, die Liebe zur Weisheit. Und Aristoteles sagt, dass der Anfang aller Philosophie das Sich-Wundern war. Der Aristoteles, der in Griechenland gelebt hat, etwa 300 vor Christus, schreibt über die ersten Anfänge der europäischen Philosophie, dass das Taumatsein, das Sich-Wundern, das Sich-Fragen-Stellen, irgendwann dazu geführt hat, dass Menschen anfingen, über das Leben nachzudenken. Und ich möchte euch heute auf ganz einfache und spielerische Weise erzählen, wie das angefangen hat mit den sogenannten Vorsokratikern. Die Vorsokratiker sind die Philosophen in Europa, die vor Sokrates gelebt haben, also Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus beginnt es. Und das Erstaunliche ist es, es beginnt wie aus dem Nichts. So ähnlich wie meine Erfahrung damals mit 10. Das ist auch das Schöne an Philosophie. Jeder kann anfangen, darüber nachzudenken. Du musst es nicht studiert haben, du musst nicht erst viel gelesen haben. Du kannst dir eine simple, einfache Frage wie die stellen. Warum gibt es überhaupt irgendetwas und ich fühle mir nichts? Und woher kommt alles? Und das ist die Art der Fragen, die die ersten Philosophen umgetrieben haben. Der erste, der überhaupt beschrieben wird von Aristoteles, ist Thales von Milet. Von ihm haben wir, wie von den meisten dieser ganz frühen Philosophen, keine Bücher, sondern nur einzelne Zitate. Und Thales hat in Milet gelebt, in Jonien. Jonien, das ist die Westküste der heutigen Türkei. Das war damals griechisch besiedelt und griechischsprachig und es lag am Meer. Und ich war mal in Milet und konnte mir da gut vorstellen, wie Thales auf die Idee kam, dass alles, was es überhaupt gibt, aus dem Wasser kommt. Damit meint er, also einfach, weil es vom Ozean umgeben ist, damit meint er nicht einfach nur, dass die Welt aus dem Wasser und das Leben aus dem Wasser entstanden ist, sondern dass das Wasser mit den Gezeiten und dem Verdunsten und dem Kreislauf des Lebens, dass es wie das Grundprinzip ist, wonach überhaupt alles existiert. Diese Vorsokratiker sind auf der Suche nach der Archä. Archä bedeutet Anfang, Ursprung, aber auch sowas wie Grundprinzip. Was ist das, was das ganze Leben, was ist das, was die ganze Welt im Innersten zusammenhält? Und so gibt es eine Reihe von weiteren Denkern. Einen gibt es Anaximinus und Anaximinus sagt, nein, nein, das ist nicht das Wasser, aus dem alles ist, sondern es ist die Luft, weil Hitze und Kühle bedingt, dass sich Regen ereignet, Niederschlag, die Luft ist das Entscheidende, sie kann sich bewegen, sie treibt alles an. Und das Entscheidende und Bedeutsame, was ich finde, an den vorsokratischen Philosophen sind vier Punkte. Vier Sachen sind wirklich wichtig zu wissen über sie. Erstens, sie denken die Welt erstmal ohne Mythos. Bis dahin gab es Religionen, es gab mythologische Erzählungen, wie die Götter irgendwas gemacht haben. Sie haben den Anspruch, wir können einfach mal so nachdenken über all das, ohne uns auf einen spezifischen Mythos irgendwie zu versteifen. Und das Zweite, sie trauen sich frei, diese Fragen mal zu stellen. Mich begeistert das. Philosophen sind Menschen, die erwachsen geworden sind und trotzdem noch Fragen stellen wie kleine Kinder. Woher kommt alles? Dieses Wundern, einfach solche Fragen mal zu stellen, ist was Wunderschönes zutiefst Menschliches. Und wir können es von diesen ersten Philosophen lernen. Das Dritte ist, sie gehen davon aus, dass der Mensch wahrheitsfähig ist. Dass wir durch unseren Verstand Rückschlüsse treffen können auf die Natur des Universums. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch andere Weisheitslehren, die sagen, es ist alles nur Täuschung. Der Mensch kann eigentlich gar nichts wissen. Wir sind alle nur in einem Trugbild gefangen. Dieser typisch westliche, auch typisch später europäische Gedanke, dass der Mensch wahrheitsfähig ist, ist Deutschland ersichtlich bei den Vorsokratikern. Und das Vierte, und das ist sehr interessant, Sie haben alle diese Sehnsucht, alle Erscheinungen, alles, was Sie sehen, zurückzuführen auf eine Arche, auf ein Grundprinzip. Und Sie kommen sehr bald zu dem Punkt, dieses Grundprinzip kann nichts rein Materielles mehr sein. All diese Gedanken, die ich jetzt erwähnt habe, werden in der gesamten griechischen und dann lateinischen und später christlichen und später aufklärerischen Geistesgeschichte absolut fundamental tragend. Sogar so tragend, dass eines Tages mit Marc Aurel um etwa 200 nach Christus sogar ein Philosoph Kaiser wird, römischer Kaiser. Die Philosophie, die dort beginnt, in Vorderasien 600 vor Christus, hat Europa von ihren Anfängen zutiefst geprägt, hat die junge christliche Kirche zutiefst geprägt und ist bis heute eine wesentliche Grundlage für das, wie wir über den Menschen und über das Universum denken. Ein besonderer Gedanke, das ist dieser vierte Punkt, wurde sehr fruchtbar und den möchte ich im Schluss noch kurz betonen. Diese Vorstellung, alles kommt irgendwo her, aber das, woher alles kommt, kann nicht materiell sein, weil das würde es nicht erklären, woher das Materielle kommt. Diesen Gedanken hat zuerst Anaximander, einer der Schüler von Thales, formuliert und er sagt, nee, der Ursprung ist nicht die Luft, der Ursprung ist auch nicht das Wasser, der Ursprung muss was sein, was selber unbegrenzt ist. Er sagt sonst gar nichts, was dieser Ursprung sein könnte, er nennt es das Unbegrenzte, er nennt es Apeiron. Diese Vorstellung, es muss etwas geben, was jenseits aller Möglichkeiten ist. Also, er denkt ein bisschen abstrakter. Alles, was es gibt, könnte es auch nicht geben. Alle einzelnen Dinge sind die Realisierung einer Möglichkeit. Ja, es könnte diesen Baum geben, es könnte auch nicht geben. Schau mal, hier gibt es einen Baum. Er sagt, das Apeiron ist das, wo alle Möglichkeiten herkommen. Also die komplette grenzenlose Möglichkeit, die dann in Einzeldingen realisiert wird. Und dieses Apeiron, für das gibt es keine Namen mehr, keine Grenze mehr, keine nähere Bestimmung mehr. Dieses Jenseits von all dem. Sehr interessant ist auch ein zweiter Ansatz Pythagoras, den man vielleicht aus der Schule noch kennt, so die pythagoräischen Gleichungen, das Dreieck, wie das funktioniert. Pythagoras sagt auch, das Grundprinzip der ganzen Welt kann nichts Gegenständliches sein, es müssen Zahlen sein. Er findet in der Grundstruktur der Mathematik, in der Grundstruktur der Zahlen, findet er die Archä, sozusagen die zugrunde liegende Struktur des Universums. Ein Gedanke, der bis heute absolut interessant ist, denn er entdeckt zum Beispiel, dass die Musik auf Zahlenverhältnissen basiert. Wenn du eine Saite halbierst, hast du eine Oktav, also eine doppelt so hohe Schwingung. Also die musikalischen Verhältnisse, die pythagoräische Musik kommt daher, die mathematischen Verhältnisse definieren, wie Schwingungen entstehen, definieren, wie Musik entsteht. Und so sagt er, dem ganzen Universum liegen mathematische Verhältnisse und dadurch auch musikalische Verhältnisse zugrunde. Was können wir lernen von den Vorsokratikern? Was kann ein Einstieg sein? Ein Klassiker ist von Hermann Frenkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Faszinierend zu lesen, was die damals gedacht und gedichtet haben, was die Grundlage unserer europäischen Kultur ist. Wir können uns den Mut, sich einfach zu wundern, sich einfach mal Fragen trauen, von ihnen abschauen. Und mich fasziniert diese Tatsache, dass jedes Kind oder auch jeder Erwachsene mit so einer simplen Frage anfangen kann, wie einfach mal stehen zu bleiben und sich die Frage zu stellen, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Viel Freude mit einem kleinen ersten Hineinstupsen in das Reich der Sophia. Vielleicht verliebt ihr euch auch in die Philosophie. Was sind die größten Fragen der Menschheit? Und wie haben Philosophen in der Vergangenheit versucht, darauf zu antworten? In dieser neuen Serie stelle ich euch jedes Mal einen Philosophen mit einer dieser großen Menschheitsfragen vor. Und zwar ganz spielerisch. Nicht mit akademischem Anspruch, sondern zum Selberdenken, zum Nachspüren. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und vielleicht macht es euch auch Freude, ein bisschen selber Philosophie zu lesen und euch tiefer reinzudenken in diese total faszinierenden Grundfragen.